Mahlzeit wurde im August 2014 eröffnet und feiert in diesem Monat bereits sein 6-jähriges Bestehen. Unsere EU-zugelassene Großküche mit angegliedertem Bistro und innovativen Catering-Service im Nino-Wirtschaftspark in Nordhorn hat sich seitdem zum größten Versorger der Region entwickelt. Als eine 100%ige Tochter der Lebenshilfe Nordhorn ist Mahlzeit als Inklusionsunternehmen am Markt tätig. Dies bedeutet, dass mindestens 40 bis 50% der festangestellten Mitarbeiter über eine Schwerbehinderung verfügen. Mahlzeit beschäftigt über 40 Mitarbeiter und hat sich als Marke in der Region fest etabliert. Mahlzeit produziert nach dem sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren. Hierbei werden die Lebensmittel unter qualitativen Gesichtspunkten bestmöglich zubereitet. Mahlzeit produziert aktuell rund 35.000 Mahlzeiten pro Monat und das mit einem hohen Bezug zur Grafschaft Bentheim sowie zu den Handwerksbetrieben vor Ort. Von der Lieferantenauswahl über die Zubereitung unserer ausgebildeten Fachkräfte bis hin zum Kunden legen wir großen Wert auf eine bestmögliche Qualität. All unsere Mitarbeiter sind hierbei das größte Kapital. Nur im Team ist auch in Zukunft eine erfolgreiche Weiterentwicklung möglich. Mahlzeit! Ihr Partner im Landkreis Grafschaft Bentheim, wenn es um regionale, nachhaltige und gute Grafschafter Küche geht. Wann dürfen wir dich als neuen Kunden begrüßen?